Vor geraumer Zeit habe ich unter dem Review von meinem Steam Link die Frage gelesen, wie man denn am Steam Link und in dem Fall dann über Steam, Spiele spielen könnte, die man überhaupt nicht bei Steam aktiviert hat. Dazu gehören zum Beispiel GTA 5, FIFA 17 oder beispielsweise andere Uplay-Spiele wie Rainbow Six Siege oder Watch Dogs. In diesem Video möchte ich darum einmal ganz kurz und ganz einfach auf zwei Wege erklären, wie ihr diese eben genannten Spiele gestreamt auf euren Fernseher bekommt. Los geht es nach dem Intro. Viel Spaß! So, der erste Schritt, den wir machen müssen, ist ganz klar Steam zu öffnen. Auf diesem Bildschirm sehen wir dann unten links die Ecke Spiel hinzufügen. Wenn wir einmal darauf klicken, können wir außer die bei Steam gekauften Spiele einzugeben auch ein Steam-fremdes Spiel hinzufügen. Dann öffnet sich dieses Fenster, in welchem wir ansehen können, welche Anwendungen wir auf dem PC installiert haben und über den Steam-Launcher ausführen möchten. Wir können an der Stelle dann einmal durchsuchen, wo das Spiel ist, was wir haben möchten. Falls es hier allerdings nicht ist, können wir unseren Explorer weitgehend durchsuchen und dann zum Beispiel Spiele von anderen Launchern einfügen. Die meisten anderen Spiele lagern dann unter dieser PC lokalen Datenträger und dann in Programme x86 und dann dem Namen des Publishers. Bei Uplay heißt dieser Ordner Ubisoft, Ubisoft Game Launcher und unter Games liegen dann alle Spiele, die wir haben. Wenn wir dann auf das Spiel draufklicken und diese Startdatei auswählen, die auswählen, öffnen und dann haben wir sie in Steam hinzugefügt. Selbiges funktioniert natürlich auch für Origin. Dann gehen wir allerdings natürlich nicht auf Ubisoft, sondern wir wählen den Origin Games Ordner aus, klicken hier auf FIFA 17 und wählen wieder dieselbe Anwendungsdatei aus, klicken auf Öffnen und fügen sie dann Steam hinzu. Das Ganze habe ich für FIFA 17 schon einmal gemacht und wenn wir jetzt auf meine Bibliothek gehen, für Spiele sehen wir hier FIFA 17 sowie GTA 5. Bei GTA 5 wählt ihr genauso denselben Ordner aus. Bei Rainbow Six Siege funktioniert das Prozedere ganz genauso. Gut, der erste Schritt ist also getan. Wir haben die Spiele hier und jetzt klicken wir hier oben auf den Steam Big Picture Mode, um das Streaming an unseren Steam Link zu starten. An dieser Stelle sind wir jetzt an der Ansicht, die wir auf dem Fernseher sehen. Das heißt, ihr schaltet den Steam Link ein und seht dieses Bild, den Steam Big Picture Mode. Den könnt ihr jetzt mit einem Controller oder mit Maus und Tastatur, je nachdem was ihr angeschlossen habt, bedienen. Und hier navigiert ihr entweder auf den Reiter Bibliothek und sucht dann das Spiel raus, was ihr starten möchtet. Könnt es von hier aus starten. Allerdings kann sich dabei ein Problem ergeben. Und zwar brauchen Spiele wie FIFA 17 und GTA 5 einen wiederum eigenen Launcher. Und der eigene Launcher kann nicht dargestellt werden, wenn der Steam Big Picture Mode im Vollbildmodus da ist. Das Gute ist allerdings, dass Steam alles überträgt, was auf dem PC passiert. Bedeutet, es ist wirklich nur eine Aufnahme des aktuellen Bildschirms. Was wiederum heißt, wenn wir den Steam Big Picture Mode verlassen, sehen wir unseren regulären Desktop auf dem Fernseher. Daher können wir ganz einfach hier oben auf den Ein-Aus-Button navigieren und sagen, Steam Big Picture Mode minimieren. Wenn wir das getan haben, sind wir auf unserem normalen Desktop und an dieser Stelle lohnt es sich dann, an seinem normalen PC zu bleiben. Denn hier können wir jetzt ganz einfach mit Maus und Tastatur das Spiel auswählen, was wir haben wollen. Beispielsweise FIFA 17. Klicken doppelt darauf und sehen alles das, was ihr jetzt hier seht, auch am Fernseher. Wenn ihr von hier aus dann FIFA 17 beispielsweise gestartet habt, könnt ihr an den Fernseher gehen, am Steam Link eure Controller anschließen. Per Bluetooth müsst ihr allerdings in die Bluetooth-Einstellungen des Steam Link gehen und das Gerät dort hinzufügen. Per USB ganz einfach USB-Gerät anstöpseln und dann losspielen. Wie ihr seht, ist es also relativ einfach, Steam-fremde Spiele auch am Steam Link zu spielen, wenn ihr die Möglichkeit habt, vor dem Spielen gerade am PC so sitzen und das Spiel von da aus zu launchen. Denn es funktioniert halt wirklich nur, wenn ihr die Spiele vom Desktop aus starten könnt. Der Schritt, die Spiele bei Steam hinzuzufügen, ist eigentlich nur eine zusätzliche Sicherheit, damit Steam das auch auf jeden Fall erkennt. Und wenn ihr das gemacht habt, sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ich hoffe an dieser Stelle, ich konnte euch helfen und die eine oder andere Frage zum Spielen von Spielen auf Steam Link etwas klarer machen. Wenn euch das Video geholfen hat und gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar zu irgendwelchen Fragen unten da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich sage tschüss, tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Dann